Let's play some games, weil Zocken geil ist. Hallo, ich bin Kalla von Let's Play Some Games und ich möchte euch hier jetzt einen kleinen Überblick darüber geben, was wir diese Woche für euch an Videos haben. Um 13 Uhr ist unsere Serie eine Woche mit, in der ich Dracut vertrete und in dieser Woche Splinter Cell Blacklist für euch spiele. Begleitet den Failbear und Splinter Cell Noob, wie ihr versucht zu schleichen und kläglich daran scheitert. 15 Uhr ist unsere Koop-Karnisch-Zeit, das heißt täglich erhaltet ihr dort Videos, wie wir zusammen einen Koop-Titel zocken. Verrückt, verrückter Saints Row 4 begleitet Hagi und Kuso im Koop-Modus von diesem neuen Saints Row-Titel. Und um 17 Uhr nehmen wir euch diese Woche Sirius und Kuso mit in die Welt von Terraria. Jeden Tag ein kleines Video ihrer Baukünste. Multiplayer, angezockt und Special-Videos gibt es bei uns immer um 19 Uhr. In dieser Woche schaut doch mal am Sonntag vorbei, da gibt es ein kleines Achievement-Guide für Payday 2 für den Fensterschützen. Samstag ist auch immer ein guter Tag, im Moment läuft ja unser Gewinnspiel für Terraria. Ihr könnt drei Keys gewinnen, die wir vom Hersteller zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und das wird am Samstag gegen 19 Uhr enden, denn dort fängt schon unser neues Gewinnspiel an. Ja, wir werden wieder einen größeren AAA-Titel für euch haben, also seid dabei. Soviel zur Vorschau in dieser Woche. Wir freuen uns über jeden View, jeden Abonnenten, jeden Thumbs-Up oder Kommentar. Meldet euch, wir freuen uns drauf. Tschüss. Tschüss. Tschüss.